ja heute mal geschlossen fahren heute mal geschlossen fahren, weil ich wollte gleich mal auf die autobahn fahren ich war noch nicht auf der autobahn, nicht wirklich wir müssen mal ein bisschen schneller fahren, um einfach zu gucken, wie die temperaturverhältnisse sind das fahrzeug hat ganz normal zwei Cuts drin, natürlich und das wird alles ganz schön warm, muss ich echt sagen desweiteren haben wir wahrscheinlich ein kleines problem mit der Spritversorgung ich habe Bilder gekriegt, wo man gesehen hat, dass ein anderer Tuner die Pumpe mit einem T-Stück verbaut hat der hat eine Upgrade-Pumpe in dem Benzintank drinne und das Problem ist, wie gesagt, Druckabfall trotz einbarer Ladedruck das ist halt der Vorteil, wenn man einen Benzindrucksensor einbaut und ich kann es nur immer wieder sagen, es gibt so viele Autos mit Problemen mit Benzindruck nur die meisten Leute merken es einfach nicht die haben keine Ahnung davon, dass sie überhaupt Benzindruckprobleme haben und man sieht es hier auch, bei 1 Bar Ladedruck haben wir 0,1 bis 0,2 Bar teilweise auch 0,3 Bar Benzindruckabfall das heißt, statt 3 Bar Benzindruckdelta haben wir 2,7 bis 2,8 und das führt einfach dazu, dass das Fahrzeug abmagert und noch viel krasser ist, wenn man den Ladedruck anhebt auf 1,5 Bar dann fällt das Ganze um 1 Bar ab wir haben dann nur noch ein Delta von 2 Bar statt 3 Bar im Benzindruck das heißt, 3 Bar Grunddruck plus 1,5 Bar Ladedruck heißen eigentlich 4,5 Bar Benzindruck und wir haben aber nur 3,5 sprich, wie gesagt, 1 Bar zu wenig und das geht gar nicht das geht überhaupt nicht das kann man sich hinpfuschen in der Software aber wer sagt dir denn, dass es immer bei diesen 1 Bar Druckdelta bleibt also erstens ist es ein Spritzbild scheiße zweitens sind die Düsen viel weiter auf, als sie sein sollten eben um trotzdem diese Spritmenge reinzukriegen und falls mal, warum auch immer, dieses Problem gehoben wird jetzt angenommen, man macht die Software derjenige verbaut sich mal eine vernünftige Spritpumpe oder irgendwie eine Spritversorgung die problemlos funktioniert und ihr habt einfach das Problem die Spritpumpe fördert auf einmal das, was sie machen soll die Software ist aber gar nicht dafür ausgelegt die Software ist nicht dafür ausgelegt dass die Spritpumpe so funktioniert, wie sie funktionieren soll weil es einfach früher keiner gemerkt hat wenn man keinen Sensor einbaut und auf einmal passt das ganze Mapping nicht mehr ihr könnt dann die Software neu machen und das ist halt einfach Blödsinn deswegen immer Benzinosensor, meine Meinung meine Empfehlung ja, mittlerweile haben wir laut Kombi-Instrument kurz 90 Grad was haben wir denn in Wahrheit? die Wahrheit sieht man nämlich in der Eko-Masse, wir haben 77 Grad da sieht man wieder Kombi-Instrument, zumindest bei VW Audi die ist immer geschönt ihr kriegt viel, wo er fast immer nur 90 Grad angezeigt die ihr normalerweise gar nicht habt weil ihr habt immer weniger oder mehr ich sag mal, mindestens im Bereich von plus minus 8 Grad also um 90 Grad rum zeigt es immer 90 Grad an das ist nicht nur bei diesen neueren Fahrzeugen so sondern eigentlich fast immer deswegen, manche Leute fragen Mensch, die haben die Eko-Masse angeklemmt das Auto wird zu warm das zeigt 96 Grad Wasser an obwohl Kombi-Instrument immer 90 Grad angezeigt hat macht euch keine Sorgen das ist ganz normal ach übrigens mit dem letzten Firmware-Upgrade ja nicht mit dem letzten eigentlich schon ein paar Versionen vorher habe ich den Raffal davon überzeugt bekommen dass wir beim Hochschalten des DSG auch einen Ignition Cut machen das heißt bisher war es so dass wir beim Hochschalten des DSG nur die Erzündung zurückgenommen haben zum Beispiel um 20, 30 Grad maximal in dem Moment wo die Zündung zurückgenommen wird wird die Leistung reduziert das Moment sprich die Leistung Quatsch das Moment wird reduziert Leistung ist ja nur ein Produkt daraus das Moment wird reduziert und dadurch dass das Moment reduziert wird entlastet man den Antriebsstrang und das Getriebe kann sauber schalten ist eigentlich nichts anderes als wenn ihr die Kupplung tretet in eurem Schaltfahrzeug ihr müsst irgendwie entlasten oder manche Leute kennen es auch vom Motorrad beim Motorrad braucht man in der Regel auch nicht die Kupplung ziehen sondern es reicht wenn ihr fahrt vom Gas geht währenddessen schaltet wieder Gas gebt schaltet und ja hier ist es ähnlich auf jeden Fall worauf ich hinaus wollte wir haben bisher immer nur die Zündung zurückgenommen das bringt eine leichte normal ausreichende Momenten Entlastung allerdings habe ich den Raffer jetzt überzeugt bekommen dass wir einen Ignition Cut zusätzlich einstellen können dieser Ignition Cut ist begrenzt bei knapp über 50% das heißt es wird maximal 50% alle Zündungen unterbrochen so manche kennen das auch vom Flatshift oder No-Luft-Shift Gear Cut wie auch immer da wird das auch so praktiziert dass ihr Vollgas mit eurem Handschalter nur mit Kupplung treten die Gänge durchreißen könnt oder wenn ihr zum Beispiel eine Zündunterbrechung am Schaltknopf oder am Shifter habt dann braucht ihr nicht mal die Kupplung treten sondern könnt einfach so durchreißen geht aber nur mit Dogbox was wollte ich sagen da wird das auch unterbrochen wir haben das jetzt hier bei 50% begrenzt oder ich glaube 55% sind es mehr braucht man definitiv nicht weil alles andere geht dann doch zu sehr auf das Getriebe Fakt ist auf jeden Fall dass es implementiert und damit kriegt man eine höhere Momentenunterbrechung und das kann zu oder wird zu schnelleren Schaltzeiten führen ich habe eigentlich ganz gut Hoffnung dass das Welt hier frei ist weil wir haben wie gesagt Corona und es ist eigentlich kaum einer auf der Straße so ich werde jetzt ein bisschen bisschen durchladen oh ja schön frei das Auto ist warm so aus dem Gang raus übrigens haben wir auch Anpassungen an dem spreche ich überhaupt richtig aus Schwartel Blip also Schwartel Drosselklappe Blip ja wie soll ich das übersetzen Blip ist eigentlich eigentlich ist es letztendlich nur ein Gaspedalstoß und der ist nötig um vernünftig runterzuschalten zu können auch da haben wir Anpassungen durchgeführt nämlich vorhatten wir immer Probleme wenn wir runterschalten dass die Drehzahl der Ganganschluss passt einfach nicht beim runterschalten ihr müsst halt runterschalten und die Kupplung schließt ja automatisch wieder beim Automatik und das muss alles gut passen und das soll auch halbwegs schnell gehen und vorher war es einfach so entweder war es zu wenig dann hat das gedauert mit dem Hochfahren oder es war zu schnell das war scheiße im Ort weil dann dann ist er zu schnell hochgeschnellt hat dann die Kupplung fliegen lassen und das gab einfach einen Ruck durch das ganze Fahrzeug das war auch blöde oder das hat nicht gereicht dann hat er es einen ersten Versuch gemacht hat es nicht erreicht ist dann wieder abgesagt hat es einen zweiten Versuch gemacht hat es dann getroffen das war alles nicht so schön das sieht jetzt alles besser aus wir gucken uns das gleich nochmal an ich gucke währenddessen schnappe ich mir meinen Laptop und gucke einmal die Lockdaten von dem Beschleunigen vorhin durch das sieht jetzt erstmal besser aus als vorhin also die Zündrücknahme nicht mehr da ist ist auch tatsächlich abgassem wir sind allerdings immer noch ja also ich sag mal an der Grenze wir sind jetzt bei 950 Grad das ist in Ordnung für mich meiner Meinung nach ist aber so dass das nicht höher werden sollte deswegen werde ich da noch ein paar Eingriffe machen so ich hab nochmal die Zündung 2 Grad vorgeschrieben und werde mir dann angucken was die Klopfsensoren sagen wir schalten runter und geben Feuer ich muss sagen das Auto fällt wirklich gut für 1 Bar ach übrigens fällt mir gerade ein wo ich das hier merke wir fangen gerade mit Klimaanlage das Fahrzeug hat eine funktionierende Klimaanlage das läuft auch mit über den Kernbus und funktioniert mit der EMU das heißt ja wie gesagt ich hab's mehrmals gesagt das Fahrzeug ist alterstauglich soll ich nebenbei ein bisschen was erzählen ich weiß aber gar nicht worüber also ich quatsche ja die ganze Zeit über die EMU was ich hier gerade mache aber wie ihr merkt hier ist relativ viel Todzeit ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben was euch so interessiert dann hab ich vielleicht immer ein paar Themen und beim nächsten Mal beim nächsten Video könnte ich darüber einfach mal ein bisschen quatschen und da euch so ein bisschen was beantworten genau das wollte ich auch noch sagen ich hab ja letztes Jahr mein Auto auf DSG umgebaut den S3 8L das Auto gab's nie mit DSG ist natürlich eine coole Sache ich wollte nur sagen das war ein bisschen Fleiß war ein bisschen Übung funktioniert letztendlich auch mit Schaltpaddels aber was ich sagen muss zumindest beim R32 und zumindest wenn man auch auf der Straße fährt es gehen wirklich viele Emotionen verloren also die ganzen Emotionen die man sonst hat man schaltet langsam der Motor tourt ab beim Schalten tourt wieder hoch das hörst du natürlich alles nicht beim DSG ist das alles relativ monoton klingend und das ist manchmal echt schade dritter Gang Feuer okay so was gehört auch dazu gerade ist die ESP Lampe angegangen das ESP ist gerade ausgestiegen das hatte ich bisher noch nicht kann an einer neuen Firmware liegen ja wie gesagt sowas gehört dazu ist alles testen 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 das ist alles nicht und das das sage ich den Leuten auch wenn die Leute mich ansprechen im Umbau DSG funktioniert das alles 100% es ist natürlich alles noch in der Entwicklung es gibt kaum bis keine weiteren Steuergeräte die mit einem DSG auskommen zumindest als Motorsteuergerät und ja das steckt halt alles teilweise noch in Kinderschuhen ein Jahr testen ist nichts so teuer ja Störung ESP ist wieder angegangen ich werde mal nachschauen woran das liegt VCRs habe ich dabei VCRs klemme ich gleich an dann gucke ich mir das an und bis gleich jetzt haben wir hier VCRs originales Interface ich will es nur sagen hat mich mal ein paar Mark 50 gekostet aber ich habe mir von einem guten Freund sagen lassen damals so was habe ich mir sagen lassen ich habe mir sagen lassen kauft ihr nicht den China Scheuß so ungefähr hat er es gesagt das war der Schmitti übrigens sind hier verschiedene Schaltzeiten hinterlegt im D fährt es sich wie eine Wandlerautomatik in S schaltet der schon schneller und mit dem leichten Furzen der Ignition Cut funktioniert nicht nur in S und manuell in D ist einfach komfortabel und leise und wie gesagt S schaltet schon deutlich schneller und später und wenn ihr ein M fahrt dann ist hier richtig dann ist hier so Motor ausgeschaltet Raphael kriegt jetzt ein boah kriegt jetzt ein Bild von dem Fehlerspeicher Bremsensteiger und dann wird er sich kümmern so zu guter Letzt gehe nochmal einmal über den Lock und dann beginne ich jetzt damit die ganzen Sicherheitsfunktionen reinzubringen die nehme ich vorher nicht rein weil ich einfach nicht möchte dass währenddessen ich abstimme und ja währenddessen auch immer einen Blick auf die ganzen Werte habe und auch vorsichtig bin und Erfahrungswerte mitbringe deswegen habe ich die vorher noch nicht eingeschaltet weil die einfach eingreifen es bringt nichts zu gucken ob die Klopfsensoren ausschlagen ob die Zündung klopft wenn die Klopfsensoren schon aktiv sind und mir die ganze Zeit die Zündung zurücknehmen das funktioniert nicht genauso kann man auch kein VE-Table also ein Fueling Einspritz Kennfeld genauso kann man das auch nicht machen wenn man die ganze Zeit die scheiß Lambda Regelung eingeschaltet hat die einen die ganze Zeit da reinfuscht das muss vorher gut funktionieren ohne jegliche Regelung und dann erst schaltet man den Regler ein weil der beste Regler ist derjenige der nichts machen muss ich mach das fettig auf irgendwann späte wir sind soweit fertig ich habe die letzte Abstimmung die letzten Änderungen an der Software habe ich erledigt wir sind soweit fertig Sicherheitsfunktionen sind drin als nächstes fährt eigentlich der Kunde die Saison durch so war jetzt der Plan und zum Winter müssten eventuell ein paar Hardware Upgrades gemacht werden ein paar kleine Änderungen und dann könnten wir noch ein bisschen was an der Software machen aber momentan ist jetzt der Stand dass das Ding ein Bar fährt und ja das fährt er auch wirklich gut also ich bin zufrieden ich denke der Kunde auch ich frage ihn nachher mal ob er morgen kommen möchte dass er Sebastian unser Auto abholen kann ja ich hoffe dir das Video hat euch gefallen diese Art des Videos ist vielleicht für manche Leute auch ein bisschen zu technisch ich freue mich wie gesagt einfach auf eure Meinung ob euch ja wie gesagt ich bin kritikfähig das war der erste Test ich mache das alles alleine nehmt da ein bisschen Rücksicht drauf und bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video